If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change? Eine einfache Unterstützungsmission hieß es. Wir haben eine Attrappe gefunden. Attrappe? Ein Dummy. Wir halten es für einen Test. Aber nichts ist wirklich einfach. Sie bauen eine Waffe. Was wir bisher darüber wissen, jagt uns eine scheiß Angst ein. Was wir nicht wissen, ist noch beunruhender. Tun Sie, was Sie am besten können. Seien Sie unorthodont. Seien Sie tödlich. Tun Sie das für mich? Können wir, Sir. Könnte heißlich werden. Oh! Give me space. Give me space. continu Bis zum nächsten Mal.